Hi zusammen, hier ist wieder euer Marco. Ihr steht wahrscheinlich gerade vor oder hinter eurem Auto und denkt euch, verdammt nochmal, wie soll ich dieses Kennzeichen gewechselt bekommen? Dann seid ihr hier genau richtig. Ich zeige euch für alle drei Arten von Kennzeichenhaltern, wie ihr ganz einfach mit ein paar Handgriffen das Kennzeichen wechseln könnt. Wir gucken uns dabei einmal Kennzeichenhalter mit Klammern an der Ober- und Unterseite an. Im nächsten Schritt mit einem Kennzeichenhalter, der nur eine Blende an der Unterseite hat. Und als dritte kurze Anleitung findet ihr Kennzeichenhalter mit einer Rahmenblende an allen drei Seiten. Das Ganze ist ganz einfach erledigt. Viel Spaß dabei, lasst uns loslegen. Wenn ihr einen Kennzeichenhalter habt mit Klammern an der Ober- oder Unterseite, dann müsst ihr einfach nur die Klammern nach oben oder nach unten in den Rahmen drücken. Das kann man mit einem festen Druck schon mit dem Finger erledigen. Oder ihr nehmt euch einfach einen kleinen Schraubenzieher, schaut eben welche Klammern beweglich sind. In meinem Fall ist zum Beispiel der obere Bereich komplett starr und die Klammern sitzen unten, links und rechts im Kennzeichenhalter. Diese drücke ich einfach nur einmal kurz runter und dann kann ich das Kennzeichen mit leichtem Biegen schon nach unten rausziehen. Bei diesen Kennzeichenhaltern gibt es verschiedene Modelle mit zwei, vier, sechs oder bis zu acht Klammern an allen Seiten. Also guckt einfach nur, welche Teile ihr bewegen könnt, drückt diese in den Rahmen und nehmt das Kennzeichen dann nach unten raus. Der Kennzeichenwechsel ist im Grunde genau dieser Arbeitsablauf nur rückwärts. Im ersten Schritt nehmt ihr euer Kennzeichen, schiebt es von unten nach oben in den Kennzeichenhalter unter diese starren kleinen Blenden. Achtet darauf, dass es oben wirklich bündig sitzt. Drückt es dann im unteren Bereich an den Kennzeichenhalter, sodass ihr die Klammern von unten dann quasi vor das Kennzeichen drücken könnt. Und schon sollte das Ganze im Idealfall direkt sitzen. Wenn die Klammern, wie in meinem Fall, sich nicht unten aus dem Kennzeichenhalter rausdrücken, sondern im Rahmen verschwinden, dann drückt einmal, wenn das Kennzeichen im Halter sitzt, von vorne fest auf den Bereich, wo die Klammer sitzt, dann sollte diese nach oben rausspringen. Wenn ihr einen Kennzeichenhalter mit einer Blende an der Unterseite habt, ist der Wechsel auch schnell erledigt. Ihr erkennt es daran, dass alle Komponenten vom Kennzeichenhalter starr sind, aber unten links und rechts eine klare Kante oder ein Übergang zu erkennen ist. Dann wisst ihr, dass ihr diese Blende mit dem Daumen oder mit einem kleinen Schraubenzieher von oben nach unten raushebeln könnt. Und dann könnt ihr das Kennzeichen einfach an der Unterseite greifen und mit einem leichten Druck nach unten aus dem Kennzeichenhalter herausziehen. Ihr seht hier, dass der Rest vom Kennzeichenhalter komplett starr ist und eben nur die Blende unten entfernt werden muss. Die ist halt mit ein paar Haken und Ösen befestigt. Da unterscheiden sich die Hersteller ein bisschen, aber das bedeutet, dass wenn ihr das Kennzeichen unten greift, mit einem leichten Biegen und Zug nach unten, könnt ihr das ganz einfach aus dem Kennzeichen lösen. Ja, und der Rückwärtsgang, das Kennzeichen wieder reinzusetzen, folgt dem gleichen Ablauf. Ihr nehmt das Kennzeichen, schiebt es von unten in den Kennzeichenhalter. Achtet darauf, dass es sowohl an den Seiten als auch oben komplett bündig im Kennzeichenhalter sitzt. Drückt es unten nochmal fest an und dann ist es so, guckt euch eben die Haken und Ösen von der Blende nochmal im Detail an, dass die normalerweise einfach vor die Öffnung gesetzt wird und mit einem ordentlichen Druck, bis es einrastet, von links nach rechts wieder zugedrückt wird. In meinem Fall gibt es eine Besonderheit, da wird die Blende durch diese erst großen und dann kleiner werdenden Öffnungen leicht links vom Kennzeichenhalter angesetzt, dann reingedrückt und mit einem Ruck nach rechts quasi verschlossen. Also guckt mal, ob ihr es einfach mit einem Druck von vorne einrasten könnt, wenn nicht leicht links daneben ansetzen und dann einmal bündig nach rechts schieben. Wenn euer Kennzeichenhalter bisher noch nicht dabei war, dann steht ihr höchstwahrscheinlich vor einer Halterung mit einer Rahmenblende an allen drei Seiten. Da ist auf dem Blick von vorne eben nicht genau zu erkennen, wo man ansetzen soll. Unten der Bereich ist komplett bündig und wir haben nur zwei Kerben, oben rechts und links am Kennzeichenhalter. Der Blick von der Seite verrät, wo wir ansetzen müssen, sondern wir sehen hier eine kleine Lücke, unten links am Kennzeichen, schnappen uns einen Schnittschraubenzieher, gehen vorsichtig dazwischen und öffnen den Rahmen mit einer leichten Hebelbewebung, sodass wir die Ecke oben links freisetzen können und öffnen ihn dann mit einem leichten Zug nach vorne, unten unterhalb der Blende bis auf die andere Seite, sodass der gesamte Kennzeichenhalter bis auf die fixierte Kerbe oben komplett geöffnet ist. Und dann könnt ihr im nächsten Schritt auch einfach euer Kennzeichen an der Unterseite greifen und nach unten rausziehen. Beim Einsetzen des neuen Kennzeichens ist es bei diesem Modell extrem wichtig, dass ihr zum einen darauf achtet, dass das Kennzeichen von unten nach oben bündig in den Halter geschoben wird und zum anderen auch mittig sitzt, damit der Rahmen es nachher eben voll umfassen kann. Den Rahmen setzt ihr einfach wieder oben rechts an der Ecke an, achtet darüber, dass er im Grunde oberhalb vom Kennzeichen bündig sitzt und drückt diesen von allen Seiten eben fest an, bis ihr ein deutlich hörbares Einrasten oder Knacken hört. Das macht ihr einmal rundherum ums Kennzeichen und dann sollte euer neues Kennzeichen auch von diesem Rahmen komplett gehalten werden. So Freunde und das war es auch schon. Wir haben unser Kennzeichen erfolgreich gewechselt. Ich hoffe eure Variante war dabei. Falls euch das Video gefallen und vor allen Dingen weitergeholfen hat, würde ich mich sehr über ein Abonnement von meinem Kanal freuen. Einen Daumen rauf als Support unter dem Video und schreibt mir gerne einen Kommentar, ob alles geklappt hat oder ob noch Fragen offen geblieben sind. Wenn ihr noch gutes Werkzeug braucht, findet ihr meine Empfehlungen wie immer in der Infobox unter dem Video. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit eurem neuen Auto und würde mich freuen, euch beim nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, alles Gute, ciao, euer Marco. Bis dahin, alles Gute.